An der Stelle, der den eigenen Fehler sozusagen wieder ausmögelt, jetzt der VfL über rechts. Engelhardt, Doppelpass und Engelhardt und das ist doch 5 zu 0, Erik Engelhardt! Was für eine Antwort auf diesen Elfmeter und was für ein Zusammenspiel dort über die rechte Seite. Sensationell und dann ist es unsere Nummer 9 mit dem dritten Saisontor. Wir gehen hier in Führung, liebe Leute! 1 zu 0! Das war ja mal richtig schön und ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen abseits bedächtig für mich in der ersten Situation. Kuisos läuft an, Kuisos läuft an und das ist das 2-Point! Mikael Kuisos mit seinem ersten Saisontor für den VfL! Und wie gut war der denn bitte geschossen? Halb hoch, rechts, Insek, Wahnsinn! Das ist ein guter Elfmeter! Also da hätte sich Kraus ein Beispiel dran nehmen können in der 15-Minute. Halb hoch geschossen, keine Chance für Kral im Lautrator! Da kann er gar nicht drankommen! Das war mal Bombe, liebe Leute! Bombe! Und ich hoffe, ich bin nicht zu laut für euch, als müsst ihr euren Tonlaut erstellen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!